Moin Jungs, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Videofolgenau und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich nehme euch heute einen Tag mit, wie es so ist, als Leben, als Content Creators, Schülers, keine Ahnung, Gamers und Streamer. Ja, ich nehme euch einen Tag mit in meinem Leben. Ich habe jetzt gerade drei Tage schulfrei, also weshalb, ne? Weshalb ich auch das mal machen kann, weil in der Schule zu filmen ist jetzt ein bisschen kritisch, mein Augen. Ja, aber auch wenn ihr euch denkt, was hat er für Augenringe und plus, warum ist er so tot aus? Ähm, ich bin gerade frisch von einem 3-Stunden-Stream, 4-Stunden-Stream-Update und wir haben jetzt gerade, keine Ahnung, ob ihr uns richtig erkennt oder spiegelverkehrt liest, wir haben jetzt gerade 0.45 Uhr. Ich gehe jetzt schlafen, eigentlich ist nicht mein Schlafnummer, eigentlich ist mein Schlafnummer so halbwegs, ne? Aber jetzt haben wir ja fast eins. Also, ich gehe jetzt schlafen und sehen uns am Morgen. Erst gerne schon mal ein leckeres Abo da, ne? Schaut in die Kommentare, wenn ihr mich vermisst habt, weil ich habe über sieben Monate nichts gevloggt, nichts gefilmt, gar nichts gemacht. Es ist wirklich nicht mehr richtig Content gemacht, außer hier und da ein paar gute Streams. Jetzt würde ich sagen, gute Nacht, sehen uns dann morgen früh, wenn ich früh überhaupt aufwache. Ja. Bis später, ne? Bis später, Jungs. Und Mädels, hab ich alle lieb. Ciao, ciao. Guten Morgen, Jungs. Und jetzt ist es gerade 11 Uhr. Ich bin ausgeschlafen, aber trotzdem müde. Kennt ihr das, wenn man ausschläft? Wenn man trotzdem müde ist, das habe ich gerade. Eigentlich habe ich keinen Bock aufzustellen, aber ich muss. Also, dann startet jetzt mein Tag um 11 Uhr morgens. So, hab ich jetzt angezogen. Check, check, habe ich keinen Bock zu machen. Gehe ich in den Bad rein, mache meine Morgenroutine. Bett wurde gemacht. Und jetzt gehe ich Frühstück machen und boah, sind immer in den Augen glasig aus. Willkommen in der Küche. Ich weiß, ich weiß, ich bin lastens. Ich weiß, okay. Willkommen in der Küche. Ist nichts wieder los. Ist gar nichts wieder los. Das erste, was gemacht wird, ist aufgeräumt. So, das ist ja alles. Was ich jetzt zunächst mache, ist halbe Stunde vorm Essen, so ein Dings. Irgendwas trinken, so ein Pulver musste ich trinken. Und zwar ist es dafür, dass sich nicht Wasser in meinen Körper speichert. Da ich halt, also an einigen Gelenken speichert sich bei mir Wasser. Ist halt nicht gut. Es reicht, es tut weh, es tut. Und das muss ich jetzt gleich trinken mit Paterbluten. Neuigkeiten, ich muss mein Frühstück doch nicht machen, weil mein Bruder gerade zum Bäcker fährt. Der war kurz vor sich bei seiner Firma. Und bringt mir jetzt ein Bass vom Bäcker. Das heißt, ich kann dann schon mal anfangen, was für die Schule zu machen. Ich muss was für die Schule machen. Dann kann ich auch andere Dinge machen und dann können wir ganz entspannt gestrücken. Ich vlog ein bisschen dabei. Dann lerne ich auch meinen Bruder noch mehr kennen. Weißt du das, was Ian gesehen hat, war auf der Gamescom mit seiner Ex? Hm? Ich bin glücklich. Ich war noch nie so glücklich in mein Leben. Nicht, weil meine Ex hat mich so glücklich gemacht. Also, das trinke ich jetzt. Also, ist Drachenfrucht. Drachenfrucht ist das. Und da sind halt irgendwelche andere Sachen noch reingemischt worden, damit ich kein Wasser speichere. Das merke ich sogar an den Arm. Lass die Arme dünner werden. Ob ich jetzt drei Sachen... Nein, okay. Bruder ist da. Mein Essen 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 ist da. Magai. Magai. Hallo, meine Liebe. Joanes. Das geht. Denkt dich, ich habe mich weggeschreckt oder wie? Da kommt er wieder. What are you doing? What are you doing? Zeig dir meinen Lebenfilm. Zeig mir einen Lebenfilm. Zieh mir Schuhe aus. Das ist meins. Das ist deins. Das ist deins. Das ist crazy. Jetzt entscheide ich für das. Hm. Ich habe das mit dem Orten. Dann nehme ich das mit dem Orten. Danke. Oh no. Gringe. Hä? Mein Haar? Oh mein Gott. Mein Haar war... Ich habe noch Nusshörnel. Oh mein Gott. Habe nicht. Hi. Na? Ich habe auch noch so Nusshörnel bekommen. Aber ich weiß nicht, ob ich den ganzen schaffe. Ich packe den wieder lieber ein. Hab ich danach noch Hunger, dann esse ich den. Wenn nicht, dann nicht. Kleines Setup-Check mal wieder. Und zwar ist das jetzt mein Setup. Ja. Ist ganz cool eigentlich. Ich habe mein Rode-Mikrofon. Ich habe meine Cam. Ich habe hier mein Duo-Monitor. Wie ich es zeige. Wie gesagt. Das ist jetzt gerade mein Setup. Mit dem DJ V2. Nicht Supersonic. Hyper-Rail Flow Machine oder so. Nein. Irgendeine Flow Machine. War das? So irgendeine Flow Machine. Habe ich in der 8. Klasse gezeichnet. 18.11. Jahrhälfte 2020. Und habe die Note 1,3 bekommen. Natürlich. Ja. Das vernasche ich jetzt. So. Die ersten habe ich. Ich habe für eine Stunde gebraucht. Wir haben es 12,40. Jetzt schaue ich mir noch ein paar Turniere an. Die halt so in den nächsten Wochen sein werden. Weil ich... Was für Turniere ich gerade meine? Ich meine die Smash Turniere. Und zwar ist es eine Smash Bros Seite. Und ich komme aus Baden-Württemberg. Und ja. Ich schaue mir halt so. Welche Turniere die nächsten Wochen so anstehen. Welche ich spielen kann. Welche nicht. Und ich kann gar keine spielen. Leider. So ein bisschen scheiße. Plus ich gucke noch meine Standings an. Wie meine letzten Turniere so waren. Und mein Bestes ist einfach nur 65. Aus 161. Und ich bin da 2-0 rausgegangen. Wie immer. Ne. Immer 2-0. Ich gehe immer 2-0. Ich muss meine Dokumentationen weiter schreiben. Für die Schule. Vielleicht filme ich. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Also dann. Timelapse. Oder sehen wir uns später. Let's go. Ich bin fertig. Mit. Eins von 1000 Sachen. Ich habe erstmal die Einleitung. Jetzt mal fertig geschrieben. Nach gut. Ja. Gut einer Stunde. Kann man sagen. Ich bin damit fertig geworden. Natürlich Quellen finden. Bilder finden. Und sonst was. Ist gut geworden. Ich bin zufrieden. Jetzt meine lieben Freunde. Gehe ich höchstwahrscheinlich gleich live. Und werde. Ein paar Games zocken. Mit euch. Höchstwahrscheinlich gehe ich jetzt live. Und spiele Smash. Glaube ich. Mal schauen. Jetzt. Ja. Ich melde mich dann. Glaube ich im Stream wieder. Wenn viele von euch drin sind. Ich tue gerade mit der Frontkamera auf. Nehmen wir da mit. Die Qualität ein bisschen besser ist. Aber das Halten ist schwieriger. Ich sehe das dann später wieder. Und schreibt mal eure Meinung zur Yu-Gi-O-Karte in den Kommentaren. Halt ihr auch eine Yu-Gi-Oh! Karte in eurem Links? Wenn ja, seid ihr cool! Da! Seid ihr Chat! Sag mal Hallo zum Vlog! Ich bin gerade am Vloggen! Hallo, es geht! Danke gerade noch für dein 5 Team am Bender, Bro! Danke! Da seid ihr alle! Ihr werdet alle euch Dings sehen! Im Video! Also, ne? Habt back! Warte, ist fast jetzt mein Stream! Könnt ihr alle noch für Youtube Ciao schreiben! Die, die wir wollen, die wir nicht wollen! Heute war ein richtig guter Stream! Tobi schreibt zweimal Ciao rein! Ray auch! Mia auch! Nee, Marisa sogar! Sag mal Marisa! Einer schreibt Hi Youtube! Und zwar Tobi! Ne? Jetzt, jetzt schreibt Mia, tschüss! Die Schweizerin! 20k! Wir haben 20k Likes geschafft! Danke, danke, danke für alles heute! Ich geh jetzt was essen! Ich hab Hunger! Bike jetzt! Nein! Kein Bike! Cuts! Fully Cuts! Also, dann sehen wir uns heute Abend wieder! Auf rein! Ciao Ciao! So, Leute! Stream Bandit! War echt, echt cool heute! Drei Stunden hab ich durchgestreamt! Ich bin todmüde! Und, ja? Wir haben jetzt 17 Uhr, 40! Ich geh jetzt mir was zum Essen machen! Vielleicht haben wir hier noch was! Ne? Ich verlasse das Zimmer nach 3 Stunden Stream! Außenwelt! Boah, ich hab soo Hunger! Warte! Warte, wie geil! Ich stell dich das! Hier rein! Mach's zu! Und starte das gute Ding! So, mein Essen jetzt! Ich hab mir noch ein Burrito gemacht! Hab mir noch richtig viel Salat drauf geklatscht! Schau dabei noch etwas Fußball! Vielleicht auch vielleicht noch ein bisschen Eishockey! Und dann geht's auch schon ins Training! Freunde! Jetzt! Heute war ein guter Tag! Sag ich euch ehrlich! Und, ja! Ich erste es jetzt auf! Danach werde ich mich wieder! Freunde! Jetzt geht's zum Training! Hab gerade meine Tasche noch gepackt! Meine große Tasche! Und meine Schwimmtasche! Hier! Und, ja! Jetzt geht's zum Training! Damit trainiert! Ah! Circa eineinhalb Stunden! Oder ein bisschen weniger! Genau! Und dann sehen wir uns danach wieder! Ja! Ich werde mich danach wieder! Und danach wird weiter gestreamt! Dann bin ich wieder zurück! Und da ist eigentlich schon mein Tag zu Ende! Ja! Bis dann! Freunde! Man sieht mich gerade nicht! Ähm! Trainingssetzt zu Ende! Man sieht mich hier gar nicht! Ja, so sieht man mich schon wenig! Ähm! Trainingssetzt zu Ende! Ähm! Mein Bullokoll auch gerade! Was haben wir jetzt zum Training? Was? Was haben wir jetzt zum Training? Ähm! Tod ist anstrengend, Alter! Warum? Weiß nicht! Zu wenig die Gärten! Ja! Wechseln waren viel zu lang! Ja! Aber sonst! Training war sehr gut! Ja! Kann ich euch nicht beschwören! Hoffentlich wird es Donnerstag genauso geil! Ey Boys! Und Mädels natürlich auch! Weil ihr diesen Vlog noch nichts geliked habt! Macht es auf jeden Fall jetzt! Okay! Ihr würdet sich auf jeden Fall über alles freuen! Für jeden Kommentar! Für jeden Like! Wir fahren jetzt erstmal nach Hause! Alter! Das erste Mal, dass er recht hat! Oha! Was heißt das jetzt? Wie? Was heißt das jetzt? Äh! Gib mir erstmal Autoschlüssel, bevor wir euch hier nicht abkacken oder so! Welche Autoschlüssel? Ich hab keine! Freunde! Ich bin jetzt zuhause vor dem Training! Und bin tot irgendwie! Meine Beine tun voll weh! Keine Ahnung! Das ist irgendwie nach hier im Training so! Ich geh jetzt live! Noch für ein paar Stunden! Mhm! Hoffentlich seh ich von ein paar Arzten von euch da drin! Und ich würd sagen! Ne? Sehen wir uns später wieder! Was hab ich hier? Was war das? Keine Ahnung! Sehen wir uns später wieder! Endet hier langsam schon mein Tag! Ich hab grad gestreamt! War ein richtig richtig guter Stream! Könnt ihr uns doch alle Gute Nacht YouTube schreiben wenn ihr wollt! Ne? Da seid ihr auch alle! Aber fleißig am schreiben schreiben schreiben! Vielleicht seht ihr euch dann im Vlog! So Freunde! Wird langsam Zeit erst schlafen zu gehen! Wir haben jetzt! Wir haben jetzt! Wir haben jetzt! 0.45 Uhr! Also fast wieder ein Uhr! Ähm! Ich wünsche euch alle Gute Gute Nacht! Danke fürs Zuschauen! Lass gerne den letzten Like und Ablob! Wenn es euch gefallen hat! Schreibt diejenigen! Schreibt unbedingt einen Kommentar für den Algorithmus! Und schreibt auch in die Kommentare wie ihr mal so einen Tag von mir fandet! Ähm! Und ob ihr noch mehr solche Tage von mir sehen wollt! Oder nochmal einfach so Vlogs von mir sehen wollt! Und ja! Danke an jeden der heute im Video zu sehen war! Ähm! So mit meinem Bruder nur! Ähm! Ich tue jetzt noch ein bisschen YouTube schauen! Dann ist auch mein Tag einfach zu ne! Ähm! Morgen! Mittwoch! Prohibiere ich das Video so schnell wie möglich zu schneiden! Und damit ihr das auch bekommt! Danke! Danke! Für eure Support auf TikTok letzter Zeit! Wir haben einfach schon fast 2000 Follower erreicht! Und vielleicht auch auf diesem YouTube Kanal ne! Nach dem Vlog vielleicht auch noch 2000 Abos! Würde mich sehr drüber freuen! Ähm! Ja! Man hört es auch an meine Stimme! Dass ich heute viel geredet hab! Viel gestreamt hab! Ich bin auch voll müde vom ähm! Vom Training! Wirklich! Ich schicke es wieder an eure Freunde! An eure Familie! An euren Hund! An euren Hund! Euer Hund wird es lieben! Oh mein Gott! Und eure Katze! Er ist recht! Und Dike bist du schon! Hat mir heute sehr sehr viel Spaß gemacht! Und ja! Vielleicht streame ich auch die nächsten Tage mehr! Und vielleicht vlogge ich auch die nächsten Tage mehr! Ja! Gute Nacht! Ich geh jetzt schlafen! Das war's mit mir! Das war mein Tag! Von euren nicht Rohhart! Rohhart! Wenn du das Video siehst! Wir haben keine Ähnlichkeit! Ja! Danke fürs Zuschauen! Ciao! Gute Nacht! Ich will eigentlich den Vlog nicht beenden! Aber ich muss! Ja! Okay! Ich wünsche euch schon! Ciao! Ciao!